Ja, hallo allerseits und willkommen zurück zu Portal Stories Mel und einem riesengroßen Fan. Ja, der ist wirklich groß, aber jetzt eigentlich mal zu dieser Teststrecke hier zurück. Wie mache ich dieses Rätsel hier? Das ist, äh, was macht der Knopf? Achso, sehe schon, Würfel. Ja, da ist er. So, jetzt muss ich erstmal, äh... Nee, Quatsch, oder? Äh, nee, nee, Quatsch. Und da und dann so, genau. Ne? Äh. Ja, ich hätte vielleicht hier erstmal ein Portal lassen sollen. Das wäre irgendwie klug gewesen. Geh, du mal vor. Und nun? Jetzt habe ich zwar das Feld weg, aber das ist irgendwie auch alles. Pack mal da einen Einzelnen. Und... Äh. Nun habe ich keine Ahnung. Wie mache ich das denn jetzt? Äh. Und nun? Wie soll ich da jetzt irgendwas machen? Ähm. Wie komme ich denn da jetzt hin, dass ich da jetzt... Hä? Wobei, warte mal. Wo habe ich das Portal da jetzt hingestellt? Ah, direkt unter dem Strahl. Ah, warte mal. Ich könnte da bestimmt irgendwie was mit dem hier machen, oder? Hm. Welches Portal ist das? Das ist blau, ne? Da ist... Da ist irgendwo orange, ne? Ja, da ist orange. Okay, das orange muss ich dann gleich wegpacken. Genau. Mal gucken, ob das geht. Oh, yo. Geht, geil. Geht sogar. Cool. Das geht. Mach du mal Platz. Ich muss ein Portal machen. Geil, das geht ja. Okay. Äh. Interessant. Oh, äh. Das war wohl ein bisschen zu früh. Das war ein bisschen zu früh. Dann mal ohne mich. Ja. Gegen den Knopf. Ja, genau. Ich werde versuchen, die Kontrolle zurückzunehmen. In der meantime, weiter durch die Teststrecken gehen. Oh, und schon wieder Ende. Boah. Sieht nett aus. Mhm. Mhm. Ah. Mhm. Schön. Aber das heißt... Ah ja, diese Dinger habe ich wieder hier. Ja, hol dir einfach nur mal einen neuen WLAN-Kabel, dann geht das schon. Was mache ich jetzt? Okay, ich mache mal... Ich muss... Ich muss hier bestimmt irgendwas... Ich weiß noch nicht mal von... Was ist das Gel hier? Für was ist das Gel? Ich habe keine Ahnung, für was das Gel ist. Das bringt mir gar nichts. Das bringt mir schon wieder halbwegs einen Weg, aber ich bin gerade mitten im Weg. Da komme ich schon mal nicht wirklich... Achso, dafür ist... Hoch. Okay. Ich habe gerade schon gedacht, wo bin ich denn jetzt auf einmal? Ah, okay. Das ist rechts. Au, au, au. Mann, hallo. Ich will keine Laser-Operation. Kann ich hier einfach drüber springen? Ja. Ich konnte auch einfach drüber springen. Tja, und was habe ich jetzt davor, dass ich die Kiste hier oben habe, dass ich jetzt erstmal hier nicht weiterkomme? Super-tolles Feld. Warum ist das denn jetzt hier? Achso, ist... Au. Au. Okay. Warte mal, kann ich das... Hoffentlich komme ich da vorbei. Ups. Kann ich das Ding hier nicht mit dem Gel vollkleistern? Hoffentlich rutscht es dann so ein bisschen. Okay. Rutscht das dann, wenn ich das da drauf tue? Ich hoffe doch. Weil dann dürfte das eigentlich nach und nach ausgehen. So. Mal gucken. Jo, Hörse! Ach, verdammt. Ich muss den Würfel aber auch haben. Super. Warum sagt mir das denn keiner? Ist nicht dein Ernst. Wie komme ich denn jetzt an den Würfel ran? Ähm. Ach, warte mal. Nicht... Nicht da durchgehen. Ich muss den Orangen wegpacken. Toll. Jetzt komme ich da gar nicht ran. Verdammt. Was ist das denn jetzt für ein Scheiß? Wie komme ich jetzt? Ich komme jetzt aber... Äh. Hat das jetzt irgendeinen Sinn? Ich glaube, ich muss danach den Würfel irgendwo herholen, glaube ich. Ach, ich kann jetzt da nicht hinschießen. Ach, das ist doch... Kann ich da durch wenigstens? Ach, da komme ich auch noch nie mal durch. Wie... Ah, super. Wie habe ich das denn jetzt hinbekommen? Na, dann gehe ich jetzt einfach hier durch. Was macht das? Blausgel. Da ist gar nichts. Da hinten, da ist... Oh, ja. Schön tief hier. Warte mal. Hä? Okay. Was habe ich jetzt aber davon? Ja, das ist, äh... Toll. Toll. Sehr toll. Irgendwie. Ich glaube, ich muss das hier nochmal machen. Ah, ist nicht dein Ernst. Ja. Schön die ganzen Dinger wieder ausschalten mit den Dingen. Und diesmal... Da habe ich keine Ahnung. Das ist doch... Hm. Kann ich nicht das Portal irgendwie anders hinstellen? Hoffentlich ist das jetzt andersrum. Ne, glaube ich nicht. Aber egal. Einfach mal ausprobieren. So, wie liegt das Ding jetzt? Das liegt unten drunter. Gut. Das war das falsche Portal. Shit. Das war das... Ach, Mann. Das war das falsche Portal. So. Weiß ich nicht... Halt doch mal hier. Au. Au. Ich... Ja, hallo. Ich habe schon mich ja verbrannt, ja. So. Jetzt aber. Das orange Portal muss weg. Hä? Ich habe sogar das Gefühl, dass das gar nicht so funktioniert. Irgendwie funktioniert das nicht so, wie ich es gerade haben will. Das ist nicht schön. Oh, was? Wie? Oh, was? Wo ist meine Kiste? Da. 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 So, jetzt aber, oder? Warten wir erstmal hier die Kiste richtig hinstellen. Und jetzt ist die Kiste... Oh, leck mich doch. Was ist das denn jetzt? Was ist das denn jetzt? Wieso ist die Kiste noch nicht mal richtig drauf? Jetzt stecke ich schon wieder fest. Au. Au. Hier geht es schon wieder drüber, oder? Oh, ist doch nicht dein Ernst. Was ist das denn? Weißt du, wie? Achso, äh, ja. Hä? Also, irgendwas ist doch nicht richtig mit dem Ding. Irgendwas ist nicht richtig mit dem Portal, äh, mit dem, mit dem... Hier mit diesem komischen Feststoff-Dingsbums. Ups. Äh, ja. Aber jedes Mal, wenn ich das da hinpacke, tut es mir entweder, der, der, der den Würfel da komplett versperren, beziehungsweise, er springt einfach drüber. Springt schon wieder drüber, oder? Ey. Aber was ist denn das für ein Scheiß? Was? Ach, ist nicht dein Ernst. Sag mal. Das frustriert hier langsam einen echt nur noch. Und, äh, ist doch nicht dein Scheiß... Was ist denn das für ein Müll? Es springt der... Es kriege ich den, dem ich hier den, äh, der, dem ich hier den, äh, den verdammten Würfel einfach nicht da raus, weil der Teil da im Weg ist. Und jetzt kriege ich den Würfel da nicht rein, weil der jedes Mal da drüber springt. Warum nehme ich den, dem ich den Ding mit hier überhaupt? Alter! Echt jetzt? Sag mal. Ist doch nicht dein Scheißernst hier. Ey, was ist denn das für ein Scheiß? Das kann doch nie angehen. Doch, Mann. Ja, jetzt... Hallo? Hallo? Oh, jetzt bleibt er... Jetzt bleibt er ausnahmsweise mal drin. Echt jetzt? Will mich dieses Spiel hier verarschen? Oh. Ist nicht dein Ernst. Alter! Ist nicht dein Scheißernst. Ich seh das echt nicht. Ich bin so blöd und seh das nicht. Oh, Mann. Warum hab ich das denn nicht gesehen? Hätte ich das gesehen, dann hätte ich das bemerkt. Aber ich hab's nicht gemerkt und... Oh, bin ich doof. Ich bin so doof. Oh, Gott, ey. Äh, und ich hab's auch noch aufgenommen. Das ist nicht dein Ernst, ey. Oh, Mann. So, und was muss ich jetzt hier machen? Ich hab irgendwie nicht so richtig ne Ahnung. Ich kann irgendwie... Wenn ich jetzt da rüberspringen, das bringt mir gar nix. Ich... Äh, ja. Wenn ich da jetzt rüberspringe, dann bin ich nicht gerade mehr sehr lebendig. Ich, äh, würd mal sagen, ich speichere hier lieber mal, weil ich so das Gefühl habe, dass ich hier sonst mal verrechnen könnte und wieder alles normal machen muss. Und da hab ich keine Lust zu. Und ich würd mal sagen, ich mach jetzt hier auch erst mal Ende. Jo, ne? Wie mach ich das jetzt hier? Ach, egal. Bin ich mich morgen drum kümmern müssen. Aber fürs Erste sorge ich einfach mal. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Bye, bye.